Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Let's Play Star Wars Battlefront 2 mit der KUS. In der letzten Folge haben wir zusammen zwei Raumschlachten geschlagen und wir haben... Was haben wir noch gemacht? Wir haben noch Dagobah eingenommen und wollen jetzt auch noch Naboo dazuholen, den wir hier drüben angreifen. Naboo Invasion. So. Garrison Bonus ist aktiviert. Supply Bonus ist aktiviert. So. Okay, wie gehen wir jetzt hier vor? Wir nehmen den Assassinen-Druide und greifen wir drüben erstmal an. Habe ich gerade richtig gesehen, dass sie jetzt auch Techniker haben? Wäre natürlich nicht so schön. So. Na. So. Super, schon mal einen Kommandoposten eingenommen. Finde ich gut. So, jetzt wollen wir uns den mal schnell hier. So. Und schnell weg hier. Gehen wir schnell rüber hier. Den möchte ich unbedingt verteilen hier in den Kommandoposten. So, ist hier keiner weiter? Ja, das war eindeutig ein Techniker. Okay, hier haben sich auch noch einer dazu geholt. Gut zu wissen, jetzt geht es also langsam in die wesentlich wichtigeren Runden. Super. Einen weiteren Kommandoposten unter Kontrolle der Konföderation. So. Rub, 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 rub. So, da hinten haben wir noch. Nein, hau nicht ab. Bitte. Bitte. Ich tue dir doch nichts. Welcher denn? Der in der Mitte wieder. Da füllen wir uns jetzt den hier. Oder auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber wir konnten uns nochmal retten, auch nicht schlecht. So, ey. Nein. Musste gerade nachladen. So eine Scheiße aber auch. Fuck. So, ey. Müsste aber auch, ey. So. Okay. Mal schnell nachladen wieder. Munition holen, bitte. Ja, der schießt ziemlich langsam. Das ist so ein Problem mit der Waffe. Ich mag die nicht so sehr. Man kann damit gut killen. Das ist so der Vorteil davon. Aber die Reichweite ist auch nochmal ein Problem, genau. So. Zack, weg damit. Weg mit dem. Weg mit dem. Weg mit dem. Nachladen, bitte. Er ist weg. Der ist weg. Oh oh. Oh oh. Ah, schon. Ah, geklappt. Super. Super. Schnell nachladen. Ach, die haben wir schon gleich verloren hier. Auch geil. So, weg mit dem. Wir stellen Kommandoposten ein. Hoffentlich kriegen wir nochmal den Kriegshelden. Du bleibst bei mir, mein Freund. Yay. So. Ja. Kriegsheld geworden. Super. Jetzt lohnt sich unsere Waffe erst recht. Also, zumindest auf kurzer Distanz. Super, der kommt hinterher. Nehmen wir die nochmal schnell ein hier. Yeah, jetzt haben wir schon zwei davon. Super. Oh, hier ist keiner. Ich hätte gedacht, hier ist einer. Ah, wir müssen zu eins. Okay. So. Der ist auch schnell eingenommen. Da ist keiner. Okay. Blum. Okay. Tja, dann haben wir das Ding wohl irgendwie gewonnen und ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich irgendwo noch einer in einem Geschütz dran, ne? Um nichts zu finden. Ist ja oft so. Aber immerhin. Wir haben Naboo jetzt eingenommen, Leute. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Und, 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 und. Immer noch Elite. Oh, Mist. Was ist denn bloß der Legenden-Status denn? Naboo, pacification. End of turn. Oh, und lass mich raten, Boss Eisley hat angegriffen. Ja. Das machen wir jetzt wahrscheinlich immer wieder. Solange Camino am Leben ist. Supply-Bonus ist aktiviert. Select the bonus for this battle. Garrison-Bonus ist aktiviert. Okay, dann machen wir das eben so. Ja, ja. Okay, dann auch wieder hier drüben zuerst. Okay. Wir dürfen jetzt ja eigentlich keine Musik hören. Finde ich nicht gut. Options. Was ist denn hier los schon wieder? Machen wir das mal jetzt so. Was ist denn hier mit der Musik los? Was soll das? Was soll das? Okay. Dann freut euch auf ein schnelles Spiel mit Musik sogar mal. Scheiße. Das finde ich kacke. Wieso ist hier auf einmal dazugekommen? Ich habe die doch ausgeschaltet. So. Ah. Weg damit. Jetzt müssen wir das Ding so schnell wie möglich gewinnen hier. Oh nein. Und das wird... Oh, fuck. So, die Musik ist jetzt gerade schön leise. Super. Der ist weg. Komm schon, 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 komm schon. Wow. Schnell wieder rüber. Nein. Fuck, wir müssen jetzt sofort den Assassinenruinen nehmen, damit bin ich schneller. Dann komme ich besser klar. Super. Die Musik ist weg, super. Aber wir haben ja doch wieder Zeit. Oh, Glück gehabt, ey. Was war denn da los? Warte mal, ist Musik da, hier? Ist so mit der rechtlichen Sache so ein Ding. Deswegen möchte ich die nicht gerne abspielen hier. Weil ich nicht weiß, ob ich dafür jetzt Probleme bekommen könnte oder so. Also freut euch nicht. Ich mag die Musik von Star Wars, aber... Ich mag es wirklich sogar sehr. Aber das ist rechtlich einfach so ein Problem. So, schnell Leben holen. Wow. Wow, 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 wow. So, Feike. Prübenes Leben. Wow. Wenn wir nicht mehr Leben hole, genau, werde ich erschossen. Aber geil, wir haben gerade noch ein paar erwischt mit unserer Granate. War nicht schlecht. So. Was ist das? Schon wieder tot. Instant. Alle konzentrieren sich auf mich. So. Weg mit dem. Weg mit dem. Und. Nein. So. Lasst mich doch mal in Ruhe, ihr Schweine. So. Wow, 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 wow. So. Nein. Nein. Ich treffe den einfach nicht. Schnell nachladen, bitte. So. Na, rüber wieder hier. Ein bisschen hier rüber. Oh oh, das könnte Teamkill sein. War es zum Glück aber nicht. Super, der ist weg. So. Oh, der ist weg. Super. Und der. So. Schnell weg mit dem. Mann, nein. Das gibt's doch nicht. Ich will noch den Kriegshelden als Legende bekommen. Wenn ich immer genau davor feige, dann bringt das auch nichts. So. Okay. Rein hier. Den nehmen wir jetzt ein. Mann, nein. So ein Scheiß. Ach ey, das kotzt mich gerade an, ey. So, kurz davor schon dreimal gewesen. In diesem einem Spiel. Diesen verfickten Kriegshelden zu bekommen. Wow. Das ist geil. So. Okay. Super, geschafft. Und tot ist er. Herr, so ein Rediker ist schon geil. Verdammt flott. Auch nicht so richtig flott. Gut, die Stadt haben wir uns auch verteidigt hier. Auf ein weiteres. Done. So, Units. Holen wir uns jetzt mal den Techniker dazu. Garrison Bonus aktivieren mal. Wir nehmen den Combat Shield Bonus mit dazu, oder? Ne, wir nehmen hier was richtig Cooles. Und zwar den Leader Bonus. So. So, dann bewegen wir uns mal Richtung Camino. Denn solange die Camino haben, werden die auch auf jeden Fall uns angreifen. Da steht sowas von fest. So, End of Turn. Bam. Schrecklich, wenn Steam an ist, dann sieht man da immer unten nichts. So. Wir haben jetzt eine Raumschlacht. Da haben wir jetzt da ja keinen Bonus, den wir benutzen können, aber nicht so schlimm. Okay. So, Druiden Marine bitte. Das ist aber bestimmt schon wieder reingegangen. Mir auch nicht. Verstaunlich. Doch schon. Mist. Aber dann auch gar nicht so viele, ey. Gibt es ja nicht. Gehen wir erst mal auf den Schild drauf hier. Zack. Mein Ziel ist die Zerstörung des Schildes hier hinten. Angriff. So. Bis hierhin sind wir schon mal gekommen. Okay. Wow. Lasst mich am Leben. Natürlich habe ich... Wieso habe ich keinerlei Ausdauer gerade? Wow. Was ist hier los? Auf einmal strömen da so sechs, sieben Soldaten raus. Natürlich. Die haben auch noch das Raumschiff zerstört. Ah, scheiße. Jetzt bin ich in der Marine, ey. Oder? Ne, bin ich nicht. Super. Habe ich doch noch geändert. Gut, Leute. Dann müssen wir das... Und dann müssen wir das jetzt hier so schnell machen. Gut schon. Gut schon. Wir schaffen das. Bam. So. Was hier von allen Seiten attackiert werden. Hier ist nicht gerade sehr nice. Okay, eine Bombe hat ja nicht gesessen. Bitte wenden. Jetzt geht es wieder drauf. Los. Und nochmal wenden, bitte. Stopp uns den hier wieder. Also die Zeit schön effektiv genutzt hier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Super. Das ist vernichtet. Jetzt sind wir gleich auf. Ah, deren Schilder sind die aktiv. Hier, das ist schön. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Schafft. Vielleicht, dass die Schilder jetzt deaktiviert sind, schnappen uns erstmal die Triebwerke. Die wir natürlich nicht treffen. Nicht einmal. Okay. Nochmal wenden, bitte. So. Und nochmal angreifen. Jetzt zurück. Und wenden. Und wieder. Es läuft jetzt erstmal eine Weile so, bis wir die Triebwerke zerstört haben. So. Unsere Schilde sind die aktiv. Das finde ich gar nicht so nice. Super. Deren Engine wurde zerstört. Von woher kommt dieses kräftige Feier? Immer, ey. Von einem Moment auf den nächsten... Bam, 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 bin ich tot. Ach, willst du mich verarschen? Nein. Ach, leck mich. Jetzt muss ich mit diesem Scheiß-Teil hier leben. Bist du doch mal so ein Mist, ey. So, weg ist er. So. Komm schon her. Wird er Wee-Wing. Er Wee-Wing. Ey, nicht abhauen. So. Äh. Nicht einmal getroffen gerade. So. Der ist auch zerstört. Super. Wo bist du? Da. Schauen wir uns zur nächsten. Okay, komm her. Super. Wo bist du? Da bist du. Weg bist du. Super. So, der ist weg. Super. Da ist noch ein Wee-Wing. Okay. Wo lebt er? Da ist er. Super. Feige. Jetzt erstmal schnell überleben, bitte. Der ist auch weg. Nein. Oh, ist euch überlebt. Cool. Schnell einmal hier durchfliegen, bitte. Um wieder zu heilen. Super. Ein bisschen aufheilen. So schnell mich keiner kommen. So. L-A-A-T-Gunship ist nicht so leist. Die sind ja doch ein bisschen stärker gepanzert. Getroffen habe ich auch nicht. So, den Bomber bitte ausschalten hier. Super, der ist weg. Perfekt. Okay, das ist sehr gut. Oh, shit, ich bin tot. Ich hatte doch gerade noch erlebt, aber um mich jetzt gestorben. Also ich war eigentlich klar, dass ich gleich freke, aber ich hatte noch noch Leben gehabt. Jetzt will ich das zu Ende bringen. Wir starten uns in Android 3 Fighter wieder. So, komm her. Okay. So. Ah, komm her. Oder V-Wing. Ich bin... Nein! Nein! Das gibt es doch nicht. Ich werde wieder keinen Kriegshelden bekommen hier, weil ich andauernd feig wäre. Sehe ich doch schon kommen. Als wenn die sich jetzt in der letzten Zeit nur auf mich stürzen würden. Ganz zu schweigen von meiner KD, die mir jetzt eigentlich auch scheißegal ist, wie da mittlerweile. So. So, den Jäger hier werden wir noch kriegen. Super. Natürlich feige ich dabei jetzt wieder. Super. War doch klar. War doch klar. So. Sehe ich überhaupt irgendwo... Ich bin am Sensor erleden. Es bringt nichts. So. Yeah! Mit dem Autogeschütz. Yeah! Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ja, ja, ja. Definitiv nicht Kriegsheld bekommen. Doch, zweimal. Geil. Immer noch Elite. Ne. Ne. So, das haben wir jetzt geschafft hier. Was mich jetzt so interessiert, ist einfach mal eure Meinung zur aktuellen Folge. Schreibt es unten rein. Wie ist die Qualität des Videos? Wie findet ihr so generell dieses Spiel? Freut ihr euch schon auf Star Wars Battlefront? Oder freut ihr euch auch auf Star Wars Episode 7? Schreibt es unten rein. Wir sehen uns dann morgen wieder um 14 Uhr bei einer weiteren Folge. Let's play Star Wars Battlefront 2 mit der KOS. In dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal.